Am Ostersonntag geht sie das erste Mal an Bord. Colleen Ulmen-Fernandes feiert ihre Traumschiff-Jungfernfahrt. Doch der Dreh der Folge war chaotisch. Grund dafür war die Corona-Pandemie. Das Traumschiff wird am Ostersonntag wieder auf große Fahrt gehen. Mit dabei, Moderatorin und Schauspielerin Colleen Ulmen-Fernandes, die zum ersten Mal in der beliebten ZDF-Serie zu sehen sein wird. Sie übernimmt die Rolle der neuen Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Doch auch wenn das Meer und das Reisen auf Selbygem Teil der Serienhandlung ist, hat Ulmen-Fernandes keinen Seegang erlebt, sondern blieb an Land. Und das war noch nicht mal ein traumhafter Strand auf den Malediven, wo die Osterfolge spielen wird, sondern Emden. Genau, Emden in Deutschland. Sah kein Wasser, sondern den Mitarbeiterparkplatz. Beim Ostertraumschiff wurden die Schiffsszenen in Emden gedreht. Erzählt die neue Ärztin an Bord des Schiffes von TV-Kapitän Florian Silbereisen im Gespräch mit der BILD am Sonntag. Jetzt haben wir gerade zwei Folgen in Bremerhaven abgedreht. Wenn ich aus dem Fenster meiner Kabine guckte, sah ich kein Wasser, sondern den Mitarbeiterparkplatz der Lloyd werft. Durch die aktuelle Corona-Krise musste der Drehplan für die nächsten Folgen im Januar umgeworfen werden. Vier Tage vor Drehbeginn wurde ein Einreisestopp an unserem eigentlichen Reiseziel verhängt, so die ehemalige Moderatorin des eingestampften Musiksenders Viva. Stadt in Finnland wurde dann auf den Malediven gedreht. Die Folge selbst soll jedoch in Namibia spielen. Die kurzfristige Änderung machte sich auch bei der Arbeit der Schauspieler bemerkbar. Die Episodendarsteller bekamen fix neue Rollen verpasst. Und wir alle mussten neuen Text lernen. Zurück in Deutschland sei es dann auf die MS Amadia gegangen, wie die BAMS weiterberichtet. Den Dampfer verlassen durfte das Team wegen Corona jedoch kaum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017